Schon wieder ist hier, leider. Was ist das gewesen? Ah, Tür. Er kommt eintreten. Das Gewicken wird ein bisschen schneller, vielleicht werde ich auch ein bisschen wärmer dann dabei. Jane? Kenny! Du bist gut? Ja. Wo ist der Kind? Er ist mit ihr. Du hast ihn mit ihr? Jane? Jane! Wait. Oh, danke Gott. Jane, du bist gut? Wo ist der Kind? Jane, wo ist er? Oh mein Gott. Er ist... Was sagst du? Was sagst du? Nein. Nein! Nein! Nein, nicht wieder. Nicht wieder. Clem, schau mal an mich. No matter was passiert, bleiben von ihm. Okay? Bist du mir, Clem. Bleib von ihm? Was? Du musst mir信. Du wirst sehen, was er wirklich ist. Du wirst sehen, was er wirklich ist. Kenny? Cald dich. Keine. 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 Wie kann du ihn zerstörst? Keine. Ich habe ihn nicht zerstörst. Es war ein Verzweck, Kenny. Keine. Ich werde nicht zurück, Kenny. Keine. Keine. Ich bemerkst du. Kenny, lass sie reden. Ich bin fertig, Clem. Clem, bleib zurück. Keine. Mach mal zurück. Keine. Mach mal zurück! Leider. Bitte nicht! Nein! Hör auf! Ja. Hört jetzt auf, Mann. Die ist dazwischen. Scheißegal. Ich werde dich schrauben. Das ist ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. Scheißegal, schau dir was du machst. Listen to me! Get her off! Freaking fuck! No! Fuck you, baby killer! God damn it! No! Shit! Shit! Jetzt muss ich mich entscheiden. Es tut mir leid. Ich entscheide mich jetzt für Kenny. Also gegen Kenny. Scheiße, ich bin doch Kenny! Are you okay? Yeah. Yeah, I think so. Clem. You made the right choice. I let you down. I let everyone down. Why did you make me do this? I'm sorry, Clementine. We almost made it. We were close, weren't we? We were close, weren't we? I'm afraid, Clem. You're going to be okay, Kenny. Oh, don't lie. You're better than that. You're better than that. Oh, my God! That's the... Oh mein Gott, A.J. Oh mein Gott. Are you okay? He's alive. I understand if you're upset. A.J. was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look, Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. I can't believe he's alive. He's safe, Clem. It was a stupid plan. I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see me. Oh my God. Kenny, you have to forgive me. Please, please, we can just leave all this behind us. Fotze. Please. Entschuldigung. I did it for you, Clem. For us. We're free now. We're free now. I forgive you, Jane. Thank you. Thank you, Clem. You were right about Kenny. All along, you knew what he was going to do. It's over now, Clem. Let's just put all this behind us. Alter. Was wäre passiert, wenn ich ihn am Leben gelassen hätte? Da steht sie, statt er. Da steht er, statt sie. Wow. Ach, du Scheiße. Er war ein Tyrann. Aber er hätte ja von Anfang an mal ein bisschen gesitteter gemacht. Ein bisschen gesitteter. Da wäre vielleicht das alles nicht so passiert. Er wurde zum Tyrann. Can't see much from here. Come on. Ich weiß nicht, wie du das ablehnt hast. Ich habe es schlimmer gesehen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Hier ist das Essen. Clem, diese Formulatur. Bonnie war richtig. Die Greenhouse ist in gutem Form. Vielleicht sollten wir hier bleiben. Wir sehen, wie es geht. Bleib hinter mir. Clem. Komm schon. Sie sehen nicht arm. Ist das dein Ort? Ja, es ist. Ja, es ist. Wir brauchen Hilfe. Mein Junge. Er ist nicht so gut. Was ist mit ihm? Kommt rein. Ist das dein Kind? Wo sind die Mädchen? Warum bist du? Wo? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Allein. Allein. Du, äh, bist du nach Nord? Ja. Ja, wir auch. Wir brauchen viel Arbeit. Ja. Wir können dir helfen. Wir brauchen viel Arbeit. Ja? Wir werden nicht mehr Nacht hierher machen. Okay. Das ist wichtig. Ich weiß, dass du uns nicht kennt. Und ich weiß, viele Leute hier sagen viele Dinge. Aber ich frage dir das, als Vater, bitte, nicht nach uns zu schießen. Ich weiß, Clem. Es kann jemanden sein. Wir wollen das noch einmal überlegen. Wir wollen noch einmal klaren das? Bitte. Wir werden wir hier sterben. Einig. Sie sind unbewaffnet und unbewaffnet. Alles, das wird schon... Ja, danke. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hoffe, das wird kein Problem.